Tja, also irgendwie habe ich mir das Pfingstwetter viel schöner und viel wärmer vorgestellt. So mit Sonne und gemütlich und... Naja, kann man ja eben nicht ändern. Hab mich mal schon mal warm angetogen für einen schönen Pfingstspaziergang. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem ein wunderschönes Pfingstfest und entspannt euch richtig.